Hallo Leute, Ahrensburg, Alex Wiemer hier und willkommen zu einem weiteren Zombie-Video und wir sind diesmal auf Dead Ops mal wieder und wir sind ich und der Kevin. Ja, Leute, wir haben es ja angekündigt, dass wir regelmäßigen Wechsel machen, was Black Ops 2 und Black Ops 1 angeht und da wir beim letzten Mal Black Ops 1 ja 5 hatten, haben wir diesmal wieder Dead Ops gestartet, was ja mein persönlicher Favorit ist. Also ich finde das irgendwie übelst lustig. Ja. Muss mal gucken hier. Beim letzten Mal, als wir es gezockt haben, wie kann man es nennen? Da warst du relativ, ich will jetzt nicht sagen dämlich, aber irgendwie schon. Doch, war dämlich. In dem Moment, ich habe die Runde geschafft und laufe in die komische, keine Ahnung was das ist, Elektrofeiler oder Strommast, keine Ahnung was das sind soll. Das wurde total verschenkt. Ja, diesmal kommen wir hoffentlich weiter und tippen in die Runde, wie weit wir kommen. Ja. Und ich hoffe mal, dass mein Skype nicht dauernd auf online wieder springt. Hoffe ich auch. Hatte Problemlösungen für Skype, warum meins immer auf online springt, ich weiß es nicht warum und das nervt ziemlich. Du musst dazu sagen Windows 8. Ja, Windows 8. Und alle sagen, oh, der Fehler ist Windows 8. Na, muss ja, wenn, wenn's da... Ja, hat der Antwort funktioniert. Eigentlich ist das das Normalste von der Welt, dass man sich bei Skype, dass man da sich abwesend oder sonst was stellen kann. Das muss ja ein Fehler sein, wenn das sich ausmacht hat. Kevin, das hat ja auch funktioniert anfangs, aber in den letzten paar Wochen dann auf einmal nicht mehr. Boah, ich habe die Muck Schuhe. Ach, apropos Muck. Ich kann mich erinnern, bei dem letzten Video habe ich doch dich gefragt, ob du einen kleinen Muck kennst. Ja. So, und da hat einer in den Kommentaren geschrieben, ich soll sagen, wer der kleine Muck ist. Der kleine Muck ist ein Märchen. Ich weiß nicht, ob ich das nur im Osten gehabt oder so. Wie gesagt, da war ich sauklein. Da war ich so sieben Jahre, wo ich das da geguckt hab. Das war halt so ein kleiner Junge in irgendeinem Land, Ausland, in irgendeiner Wüste. Wie gesagt, Land kenne ich nicht mehr. Kann Ägypten gewesen sind oder sonst was. Und, wow, ich habe auch keine Ahnung mehr, worüber er da gehandelt hat. Auf alle Fälle hat er in der Wüste so eine Zauber... Oh mein Gott! So eine Zauberschuhe gefunden. Das hat mich in den Gegner reingedrückt. Und? Während ich mein Headset wieder regulieren musste. Jedenfalls hat er in der Wüste so eine Zauberschuhe gefunden und ist damit immer durch sie irgendwie flitzt. Das möchte ich auch können. Ja. Aber worüber er gehandelt hat, keine Ahnung, ist schon zu lange, ja. Klau mir nicht mein Schatz! Der Schatz wird unser sein. Taten! Meinz, 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 meinz! Ni, ich bin nur gelb, verdammt. Alles was davor kam, ist du ja unter dem Narr exhibition, jetzt bin ich dran! Meins scheiße. Jaaaa! Aber das ist irgendwie... ist langweilig. Wenn's doch Flamme auch gewesen wäre. Flamme aber auch smart form. Der Fernöstliche Feuerwirbel. oder der fernestliche Feuerwirbel Mysteriös Das gibt Rache Komm, wie im real life Zack, zack Habe ich wohl noch nicht aufgepasst, ey Ein Leben umsonst verloren Habe ich aber auch schon Willst du nehmen? Ich habe ja Pumpe Ja Piu, 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 piu Komm mir mal Gegner, Alter Die Pumpe läuft ab und wir sind keine Gegner, ey Oh ja, King Kong Kann der uns eigentlich töten? Also wir können den ja nicht töten, aber kann der uns töten? Ich weiß es nicht Pfff, ich möchte das nicht drauf anlegen Ja Taubsi Okay Knall drauf da Was ist denn das? Ach ja, die Tonnen Altmetall Der Tonnen-Tonado Ja So nennen wir das jetzt Aber hat das einen offiziellen Namen, wenn nicht, dann ist das jetzt der offizielle Alles klar Ruf mir bei Treyarch an und dann sollen sie es Tonnen-Tonado nennen in der deutschen Vision So, da kommt nichts mehr raus So, da kommt nichts mehr raus Ich freue mich schon, wo du auf die hässlichen Krabbel fielst Ey, den verschießt den hier Hä? Keine Ahnung, ey Oh, du hast die Dinger, die sind am coolsten Aber schade, dass die bei Berührung immer Dass da mal dann immer eins weggeht Eftchen 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 Gott Captain Niveau, wir sinken Mensch, alles reißt du dir unter den Nahrer, ich habe nischt Mit der Nuke, das war deine Idee, dass ich die hole Ja, nur weil ich dachte, ich hätte keine So, ruf gucken Mein Taupsi So, Runde 8 jetzt Runde 8, ja Oh, scheiß Regen Ich hoffe, auf dem Ebbe ist der Regen noch nicht allzu schlimm Ich brauche noch einen MG für den Panzer, dann wäre es perfekt Und noch einen Flammenwerfer und noch irgendwie Oh Gott Ah, Fernäßfläche, Feuer, Feuerwirbel Och, nö. Das sieht so krass aus. Ich sehe nichts mehr, ey. Ah, nein. Ja, das kommt davon. Jetzt wurde ich gekevint. Ja, ich auch. Weil man nichts erkennt in dem Drecksring. Ich könnte schon, aber doch. Nein, oh, meine Fresse. Was machst du? Letztes Mal habe ich gefällt, jetzt ist du. Aber nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male. Ja, schäm dich. Also wenn, dann aber richtig. Oh Gott. Ich habe null, oh, beide null Leben, ey. Jetzt muss man aufpassen tun. Wenn man sich hier in den Kreis dreht, bringt nicht viel, ne. Treffen eh nicht die Drecksdinger. Ah, falsche Taste. Was ist denn das, die Schütz? Kommt herzu, Papa. Die Weißlunds. Ah, Junge. Jetzt habe ich den Nebulax um mich drumherum. Hä? Kennst du nicht Nebulax? Hast du nicht Pokémon gespielt? Doch, aber ich kenne doch die Namen nicht mehr. Oh mein Gott. Du spielst es ja noch jeden Tag, aber ich nicht. Na und? Ich spiele das ja auch nicht jeden Tag. Kennst alle mittlerweile drei Millionen Pokémon. Nein. Schreibt mal in die Kommentare, wer Nebula kennt. Wer Nebula kennt, ist der Boss. So, wir gehen mal lang. Links, rechts, geradeaus, oben, unten. Gold. Geld. Bist ja wie so ein Zwerg von Herr der Ringe, ey. Nuke. Oh, das war knapp. Ich habe sieben Blitze. Ich weiß nicht, wohin damit. Einfach weg. Oh nee, das war gut. Das wollte ich nicht. Wo war Blitz nochmal? RT. Ah, okay. Hab einen noch. Der Blitz des Zeus. Können wir das so nennen? Hm, das ist viel zu lang. Das ist auch nicht. Das ist schon der Zett. Dann haben wir... Den Blitz müssen wir auch noch finden. Hm, wie kann man den nennen? Das ist kacke hier unten, Alter. Ich muss auf meine Treppe. Aber schon vorbei. Das ist eh vorbei. So. Wir brauchen Leben, ey. Jawohl. Jetzt seht's ab. Feuerwirbel. Feuer, Feuer. Wir sind die Gegners. Wenn ich die schon machen, dann brauche ich auch Gegner, ey. Jetzt doppelt Feuerwirbel. Oh mein Gott. So herrlich. Herrlich. Oh mein Gott, jetzt ist er weg. Und ich bin tot, ey. Scheiß Feuer. Wozu dreh ich mich überhaupt? Panzer. Oh. Ich will wiederkommen. Die Schütz. Kannst du das im Panzerrohr einsammeln? Sicherheit. Ja. Wenn man den irgendwie steuern könnte. Jeder kann Panzerrohr steuern, außer Alex. Ja. Ja. Was war denn das jetzt? Leben? Nee, du bist doch nicht da. Und ein Panzer. Oh, direkt. Jetzt bin ich da. Ich kann dieses Scheißding echt nicht. Guck dir das doch mal an. Mein Gott. Sieht aus wie Fahrschule erste Stunde. Oder noch weniger als erste Stunde. Ja. Habe ich jetzt wohl noch ein Leben? No, ich bin kein Panzer mehr. Höffchen. Höffchen. Soll ich sie hier direkt gleich? Oh, nee. Kann ich auch nicht auf die Treppe. Hau doch mal ab hier, ey. Ihr Hässlichen. Klau mir nicht alles weg. Ich schieße bloß geradeaus. Du, 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 du. Also mit einer Person hier unten ist es ja noch ganz okay. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in diese verdammten Zip, 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 boom, boom, boom reingehe. Weißt du? Äh, nee. Elektro. Achso. Töltox-Maschinen. Dass ich nicht wieder gekevint werde. Schweig. Oh, das war... Neee. Ihr habt nicht aufgepasst, Mann. Weil mich ablenkst. Ich hab den nicht abgelenkt. Das geht so nicht weiter. Ja. Junge, ich mach die kaputt. Wenn die im Online-Modus eine Reichweite hätte, ey. Wird jeder damit rumrennen. Und dazu noch die Feuerrate. Ja. So komme ich jetzt in der nächsten Runde automatisch. Wurde, oder? Musst du was? Geh mal von aus. Ja, hopp. Rauf da. Ja. Oh, nee. Oh, nein. Nicht diese kleinen Viecher. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh, taub sie. Das ist ein Vogel. Was? Ein Vogel. Oh, Gott. Alter, das war richtig knapp. Hätte ich das Ding nicht gekriegt, wäre ich down. Ey, was kommt denn da raus, die Schüssen, ey? Die Schütz. Sehr gut. Wami. Wami. Wieso macht das Geschütz nichts? Wo ist das die Schütz hin? Ich habe doch nicht die Schütz eingesammelt, verfickte Kacke. Blitz. Blitz. Ey, die Viecher sind so abartig scheiße. Oh, Gott. Ah. Raquakenbewerfer. Ich bin da, ich muss mich einsammeln. Was muss ich? Da war ich war da, ich muss mich immer einsammeln. Nein, gibt es nicht mehr. So sieht es aus, Klaus, Junge. Hoppopopopopapapa. Keine Chance, die härtlichen Insekten. Bin ich wieder da? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann ich ja jetzt sage. So, wir machen mal hier lang, oder? Mhm. Ich habe doch ein Leben übrigens. Ich nicht. Mal an Brenge. Was hat man letztes Mal für eine Rundenanzahl? Ach, weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist Heli. In den Hubschraub, Schraub. Hup, 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 Sauber, Alter. Oh mein Gott. Ich sehe nur Zombie-Leichen fliegen. Ja. Was aber sehr positiv ist. Jolt, ran. Das war glaube ich genau die Karte, wo ich da unten in die Dinger dann gelaufen bin. Ja, aber ich glaube, das war noch eine dunkle Karte davon. Also eine Regen-Kack-Karte. Das weiß ich nicht mehr. Ist nur noch, dass die Dinger da unten waren. Ach, leck doch meine Füße, ey. Ich sehe die manchmal ja auch nicht. Hässlichen Spastis. Das war wohl lang. Jo. Bist aber nie auch Fans. Bang, 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 bang. Jetzt mal normale Zimmis. Okay, ne extravagante Kacke. Ja, die kommen aber auch noch. Geh ich mal schwer von aus. Oh, hinter mir. Taubsi. Vogel. Taubsi ist mein Freund. Mein einziger Freund. Mitten im M.G. Feuer. Oh. Ja, die finde ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Übersicht verloren. Ging mir gerade auch so. Oh mein Gott. Oh, zum Glück habe ich geblieben. Ich bin wieder da. Du kannst wieder durchatmen. Sorry, weil du dich nicht zu schnell siehst, aber okay. Ich folge dir einfach mal. Das wirkt dann relativ sicher. Ah! Voll weggewummert. Mann, sind wir die Scheiße hier mal fertig? Irgendwann. Äh, das ist ja weg. Äh, ich wollte die Münze einsammeln. Ach, schweig. Das hätte mir 100%ig den Sieg eingebracht. Ach ja. Raum des Schicksals. Der Raum der Wünsche auch genannt. In Harry Potter. Das habe ich. Oh. Ich habe hier nur MG oder was? Ich will noch was. Yay, ich bin super schnell. Ich bin gierig. Nee. Ey, du hast drei Nukes. Du setzt die nie ein. Ja, ihr zahlt's. Ach, nee. Warte doch. Okay. Obwohl, von der Muni hast du das, glaube ich, scheiße. Ja, das ist noch eine bestimmte Zeit hast du das. Oder? Ich weiß es auch nicht. Weiß ich auch nicht. Wer ist dauerhaft so schnell? Oh. Fett. Hast du jetzt eigentlich dauerhaft das MG? Äh, wäre cool. Dann müsstest ja du dauerhaft die Muckschuhe haben. Ja. Hier sieht man echt nichts auf der Karte. Ja. Drecksregen, ey. Aber es läuft auch keine... Normalerweise läuft hier immer so eine Zeit ab. Was denn? Jetzt bin ich tot, nee. Jetzt bin ich tot. Weil ich nix gesehen hab. Es ist so nervig. Alles deine Schuld. Du lebst wieder, oder? Nein, doch nicht. Wehe, du stirbst. Wagt es dir. Alter, der ein Glück. Ich bin Usain Bolt. Ja. Eindeutig. Ich würd grad sagen, ein Nuke. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir haben's noch am Anfang, jetzt auch. Das ist so nicht der Ernst. Das ist nicht wahr. Naja. Naja. Ich kann da nix zu sagen, mir ist das ja selbst passiert. Ich sag mal nix zu. Wir brauchen so einen epischen Trailer von uns. Alex und Kevin vs. Zombies. Die einzigen Gegner, die sie töten. Irgendwelche Masten, die in der Gegend rumstehen. Ja, so sieht's aus, Klaus. Aber wie viele Abschüsse man hier kriegt, ey. Ja, also Standard, wie es auch Standard online ist. Ja. In nem normalen Team-Deathmatch. So, und ich würd sagen, nächstes Mal ist... Da kommt's zwei. Ja, es gibt ja ein neues Kartenpaket. Was ich bisher noch nicht hab. Vielleicht krieg ich's ja im Laufe der Woche irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwann. Vielleicht kannst ich mir ja schärmen. Nein. Okay. Mal gucken. Mal schauen. Also, schreibt mal Vorschläge für Black Ops 2. Außer die neuen Kartenpakete. Weil wir ja da noch nicht sicher sind, ob wir das bis dahin haben. Wenn wir das bis dahin haben, dann werden wir das auch schon von alleine machen. Ich würd's haben. Ja, gut. Ich weiß noch nicht, ob ich's habe. Aber ich sag mal, wenn ich's hab, dann machen wir ja mit Sicherheit eine von den neuen Maps. Ist ja klar. Ist ja logisch. Ja, glaub ich. Die Rise, oder so heißt die. Ja. Aber falls der Fall eintreten sollte, dass wir die neuen Maps, oder dass ich die neuen Maps nicht habe, schreibt Vorschläge für Black Ops 2. Was wir doch zocken sollen? Transit, Town oder Farm oder Nuke Town? Ja. Mehr gibt's ja nicht. Ja. So, und ja. Das war's. Ja. Danke fürs Anschauen. Sorry fürs Feilen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir verrecken immer an diesen Elektrodildos. Tja. Stockcharge XXL. Das war ich dann noch. Das war ich dann noch.